Hallo zusammen, in dem heutigen Video habe ich ein paar Fakten über den Donnervogel rausgesucht. Leider habe ich nicht viele Sachen rausgefunden, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Viel Spaß! Fakt 1 Der Donnervogel ist ein Tierwesen, das vorwiegend in Uistbundesstadt Arizona lebt. Der Donnervogel ist ein enger Verwandter mit dem Phönix. Fakt 2 Dieser Vogel ist im ausgewachsenen Zustand größer als ein Mensch. Er hat gespürführende Gefahren und kann im Flug Stürme erzeugen. Fakt 3 Die Schwanzfedern von Donnervogeln werden als Zauberstabkerne verwendet. Diese Zauberstäbe behalten den Spülsinn des Ursprungswesens und können bei Gefahr selbstständig Füße abschicken. Fakt 4 Die amerikanische Zauberstabmacherin Chicopa Wolf wurde in 1920er Jahren durch die Hersteller von Zauberstäben mit Donnervogelfederkernen geschätzt. Fakt 5 Cedric Booth Einer der Gründer der Ilfemoney Schule in Nordamerika entscheidet, dass sein Haus den Namen Donnervogel trägt. Fakt 6 Nach der Beurteilung des Zauberministeriums ist der Donnervogel als ein Tierwesen der zweithöchsten Gefälligkeitsklasse eingestuft, das Fachwissen verlangt. Das war's mit dem heutigen Faktenvideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Tut mir leid, dass ich nicht noch mehr gefunden habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mit einem Donnervogel machen würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in meinem neuen Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017